Ein grandioser Schlag, Boss. Sie sind von Cedric. Ich dachte, ich hätte dir gesagt, du solltest meine Schläger sauber machen. Wollte ich auch. Stimmt das, du Saftsack? Scheiße. Heute bin ich aber gut drauf. Die Anlage gefällt mir. Ich komme in Versuchung, Mitglied des Clubs zu werden. Ich fürchte, das kommt nicht in die Tüte, Cedric. Heißt das, man hat etwas gegen gute Golfspieler? Nein, wir mögen nur keine Schweine im Clubhaus. Was?